Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Graphics. Ich bin der Graphic Error und präsentiere euch das neue Format, Herr Error kommentiert, das bin ich. Ja, was passiert denn in diesem neuen Format? In dem neuen Format, jetzt habe ich schon oft genug gesagt, ist es so, ich kriege ein Gameplay von Freaks Plays und werde das einfach kommentieren. Klingt jetzt einmal komisch, aber ich glaube das wird ganz witzig. Das Besondere hier ist, es geht auch mit eurem Gameplay, das heißt einfach unter gk.graphics.at könnt ihr die Regeln durchlesen, den Download-Link reingeben und uns das dann schicken. Und wir, oder Freaks Plays schaut sich das an, entscheidet ob das geeignet ist oder nicht und gibt es mir dann, damit ich mir das ansehen und kommentieren kann. Das Besondere hierbei ist auch noch, ich schaue mir dieses Video das erste Mal an und kommentiere auch gleichzeitig. Also ich werde es mir nicht komplett ansehen, überlegen, was ich kommentieren soll, sondern es ist einfach spontan. Und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Man geht es los, es geht am 9.01.2017 los und wird dann immer montags ab 18 Uhr bei uns auf den Channel kommen. Und ja, eine Sache gibt es noch zu sagen und zwar, das ist noch der Probebetrieb. Also bitte, 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 und ich sage noch einmal, bitte hinterlasse Kommentare, Likes oder was auch immer, damit wir wissen, ob das Video oder dieses Format gut ankommt oder nicht. Es bringt ja nichts, wenn wir unsere Zeit und unsere Upload-Zeiten verschwenden sozusagen, mit Videos, die sich sowieso keiner ansehen will. Also bitte kommentiert oder Liked oder was auch immer oder sagt uns einfach die Wahrheit über PN oder wie auch immer ihr das haben wollt, damit wir wissen, ob wir das weitermachen sollen oder ändern sollen oder was auch immer. Auch Verbesserungsvorschläge, einfach her damit. Und ja, ich gehe euch da jetzt nicht weiter auf den Nerven. Wie gesagt, 9.01.2017, ab 18 Uhr geht's los und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, Dankeschön und ja, schönes Wochenende noch. Euer Graphic Hour. Ciao.